ja meine lieben herzlich willkommen in city skylines after dark da sind wir mit unserer letztens gebauten autobahn abfahrt eigentlich autobahnanschluss naja bisher ist der autobahn anschluss nur bis zum kreuz aber da kriegen wir auch noch hin aber sieht doch mal richtig schick aus absolut jetzt wollen wir dann aber weitermachen nur dazu schalten wir wieder in den tages modus natürlich gehen wir mal einmal durch so noch ist das mit der autobahn jetzt nicht so relevant das habe ich hier nur schon mal weil ich das kreuz hier hin haben wollte und ja dann geht es nach hier auch einmal runter weil hier kommen wir ja nicht weiter und hier kommen an die autobahnen jeweils angeschlossen so machen wir das aber ich würde jetzt ganz gerne hier erst mal bauen so diesen teil den haben wir insofern erledigt hier dürfen sie auch nur sehr langsam fahren ja hier haben sie solche geschichten okay das hier das brauche ich etwas später jetzt aus ich müsste jetzt hier erst mal dafür so das ist sehr gut das ist sehr gut ach so kommen wir doch jetzt damit an und gehen dann hier runter so ok ein bisschen industrie fordern so noch das heißt einmal den machst du hier ok das machen wir schon mal so jetzt brauche ich noch ein paar straßen die brauche ich hier so machen wir einmal hier so da gehen wir tatsächlich jetzt hier einmal durch weil hier kommen jetzt ja auch zusätzlich wohngebiete sein wohngebiet noch hin was ich für die leute in erster linie mal die ja auch am arbeiten sind quasi nicht nur gut dann machen wir das jetzt so ja der stromdienst der kommt da zwar wieder weg aber will ich halt nicht jetzt machen und deswegen haben wir da jetzt so eine lustige straße so und hier okay hier machen wir jetzt direkt einmal prioritäten setzen aufwart und achtung okay dann müssen wir von oben rein ich würde sagen zweimal kann der hier eigentlich weg denke ich denke schon der kommt also da weg wie habe ich die jetzt angeschlossen muss ich gleich gucken ist aber auch jetzt gerade relativ egal so der kommt jetzt einmal dort ran leute das ist mitunter einfach mal notwendig da müsst ihr euch nicht beschweren ihr wollt ja auch von an ab kommen so da machen wir eine verbindung und hier ziehen wir jetzt auch das ist ja party und dementsprechend kommen ja auch viele gebiete und dann dürfen wir auch ein paar so mehr straßen hin okay das wird jetzt ganz lustig haha so ja das ist schon mal ganz gut da kommt auch noch ein hin und dann brauchen wir na nie da habe ich ja sogar eine ampel drin aber den brauchen wir jetzt generell nicht mehr weil wir haben ja doch hier einen und das reicht achso das sind ne an der ecken ist das ja auch richtig oder mit der ampel eigentlich schon so und hier kommen jetzt auch wieder schulen und alles hin weil das wird ähm auch mit wohngebiet alles andere ist ja versorgt ja nicht perfekt machen wir so Polizei die könnte ich doch eigentlich es geht halt nicht ernsthaft wegen autobahn mach kein quatsch wie finde ich das denn ich finde das nicht nett außerdem hätte die jetzt kein strom und kein wasser da oben aber das ich weiß wie ich das mach komm her ähm hier machen wir einmal machen wir ja machen wir dann kommen die auch schnell überall hin wenn denn das ganze mal angeschlossen ist mach so gib mir mal Polizei weil die ist nämlich recht groß die hätte ich viel lieber hier vorne weiter gehabt ganz ehrlich das probiere ich auch erst nochmal zieh hier halt mal durch so mach so geht find ich grad mal toll jawohl muss glaube ich ja doch das könnte könnte gehen ah dachte ich mir doch könnte gehen ja könnte könnte heißt ja nicht dass das auch wirklich jetzt seh ich das hier nicht mach mal so und dann können wir den nämlich dachte ich mir einmal so damit ich hier arbeiten kann funktioniert so soll es sein weg und passt super ja ja du kriegst halt ein besserchen von mir mach halt so und mach halt so ja ströme kriegst du auch bevor du dich da auch wieder beschwerst mach halt erstmal so und mach halt erstmal so bitteschön ach das ist ja deppert okay mach den erstmal so können wir später abreißen so Wasserprobleme ähm achso da habe ich zwar Stromwerke stehen Wasserprobleme mal gucken Jetzt kriege ich allerdings gerade mal so ein bisschen die Pimpernellen. Weil sehe ich nicht gut. Wo hört denn das auf? Ach, noch viel bei... Ach, da oben. Da oben gefällt mir. Da stelle ich jetzt Türmchen hin. Die ich wahrscheinlich mit Strom versorgen muss, oder? Bleiben wir gucken. So. Drei. Vier. Die kosten mir auch ordentlich, Kohle. Das gefällt mir gar nicht. Doch, ich glaube, die muss ich mit Strom versorgen. Natürlich. So. Machen wir jetzt so. Dann ziehen wir hier nämlich einmal das Wasser sub runter. Hallo? Ach, da. So. Ach so, das kann ich mir auch etwas geschickter machen. So. Ja. Ja, so ist es morgen. Okay. Warum soll ich denn hier so viel verschwinden? Das brauche ich doch gar nicht. So. Damit sollte die Wasserversorgung, sobald Strom oben ist, wieder sichergestellt sein. Der ist schon mal dran. Ähm. 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 Ne, ich könnte hier eigentlich gut, den Strom müsste ich dann sowieso ziehen. Aber. Haha. Ich habe doch hier zack. So eine. Ah, da brauche ich Straße für. Verstehe. Okay. Das will ich jetzt alle so nicht. Ah, super. Eins. Reicht eigentlich. Bei acht Megawatt ist doch mehr als ausreichend. So. Und dann machst du den erstmal so und so. Alles schön. Fertig. Sollte funktionieren. Ähm. Da ist Strom. Mach hin. Ärgern mich nicht. Weil sonst doof. Mach hin. Und läuft. So. Wie sieht es aus mit der Wasserversorgung? Noch nicht optimal. Kriegen wir hin. Ich will unten die Pumpen ganz gern komplett wegnehmen. Vielleicht hier oben ein bisschen rauspumpen. Ja, das könnte ich machen. Ja. Ähm. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht zu viel rauspumpe. Weil ich glaube, hier ist ganz schnell Ebbe. Denke ich mal. Ach, der ist das. Der kommt. Der kommt von ganz oben. Alles klar. Jetzt kriegt ihr auch keine Ströme. Hm. So ein blöder Hund. Machst du halt so. Und machst du so. fertig. Jetzt kriegt er aber Ströme. Ja. Dann machen wir machen wir das. Doch ich glaube ist ganz gut. Einmal so. Und einmal damit es hübscher ist. So. Weil die beiden Leitungen bleiben bestehen. Wasserproblem. gelöst. Gut. Wenn er mir jetzt hier nicht alles leer pumpt. Aber das glaube ich nicht. Nur sehr viel ist hier natürlich nicht drin. Das ist ja auch so eine Sache. Aber jetzt haben wir Wasserproblem gelöst, ja. Immer noch nicht. Okay. Eine zweite Pumpe. Ähm. hier. Ja. Kriegt er immer noch Ströme. Aber dann sollte mal gut sein hier. Komm. Ströme kriegst er. Hallo? Du kriegst doch Ströme. Oder nicht? Oder nicht? Ich geb. So ist das. Aber jetzt kriegt er Ströme. Jo. Das reicht immer noch nicht. Ja. Mehr Punkten will ich an der Ecke nicht hinstellen. Dann machen wir hier noch ein bisschen. So. Weiß nicht, ob das hier so schlau war. Wohl eher nicht. Naja, geht schon. So. Machen wir so. Das ist ja teuer, ne? Muss ja auch aufpassen. So. So. So machen wir das. Aber wenn das jetzt nicht gelöst ist, dann schlecht. Aber die dürfen, die sind halt teuer und die bringen halt nicht so viel Leistung. Nur ich hab ja hier mit dem Wasser wieder so meine Problemchen hergestellt. Aber das kennt ihr ja schon von mir. Ich bin halt, was die März betrifft, noch nicht so gut, wie ich das gerne wäre. So. Jetzt können wir aber endlich mal hier schulen. Eine Grundschule natürlich. Wichtig. Die kommt hier mit rein. Setze ich jetzt hier auch eine, was ist das denn? Doch ich glaube hier, uh, zu groß. Ja. Weil die nämlich das Gebiet auch noch mit abdeckt. Und das ist das, was ich gerade möchte. so. Und jetzt Wohnung. Und zwar so. Hier machen wir jetzt komplett. Hier sind ja auch Hightech-Gebäude. Uh, auch nicht schlecht. hier. Ja. 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 Fertig. So. Weiter geht's. Ähm. Nein. Gar nicht. So, damit fangen wir an. das ist ja auch richtig. Und das ist ja auch richtig. so. So. So mache ich das. Und dann können hier nämlich jetzt noch Wohnungen rein. so. Und dann kommen hier noch ein paar glücklich machen. Die brauche ich ja auch. Hier muss ich nämlich jetzt aufpassen, ne? dass ich das jetzt nicht zu weit vergrößere. Nicht versehentlich die Mitte rein erwische. So. Ah ja. Und hier auch. Und, ähm. Aha. Die auch. Aber hier nicht. So ist richtig. Dann ziehen wir die bis hier unten hindurch. So. Und so. Und dann müssen wir mal gucken, was wir halt dazwischen stellen. Und, ähm. Wenn wir die Stromleitung, dann haben wir hier auch noch ein bisschen Platz. So. Da müssen wir noch herziehen. Das heißt, da wo ich die Stromleitung dann kappe, da werde ich, ähm, dann nochmal hingucken müssen. So. Und das Wohngebiet werde ich nach hierhin erweitern. und hier ist dann die richtige Partymeile. Das sollte dann eigentlich, hoffentlich funktionieren. jetzt muss ich nur hier zwischendurch auf jeden Fall Gewerbe einfügen. So. Und das ist halt die Partygegend. Das heißt, hier sollen nach Möglichkeit eben auch nur die Leute hinziehen, die damit zu tun haben. Trotz alledem haben die ja Kinder und sowas. Und dementsprechend natürlich auch Schulen. Sollen ja keine dummen Leute hinziehen. Jo. So ist richtig. Was fehlt uns jetzt noch? Was habe ich gesagt? Ach so, Glücklichmacher. Die brauche ich dann gleich später. Die kann ich da oben irgendwo reinsetzen, glaube ich, oder? Ein Skateboardpark. Doch den schon. Und zwar hier. Den kann ich eigentlich auch jetzt direkt hier hinsetzen. Und das mache ich auch. So, dann freuen die sich. Ansonsten würde ich jetzt ganz gern auf meiner Das sind doch jetzt hier nur Bäume. Was mache ich denn? Ähm. Jetzt erstmal wo haben wir es? Da. Gab sie. Und McDonald's natürlich gehört ja irgendwie immer dazu. Da machen wir das eine hin. Ähm. Da machen wir das andere hin. Dann sind die wunschlos glücklich. Das freut mich. Und dann müssen wir gucken. Ströme können wir nämlich jetzt auch schon mal abziehen. Dazu brauche ich allerdings Licht. Und ich sehe auch, wir haben schon wieder 20 Minuten rum. Das heißt, ähm. Ja. Das mache ich jetzt mal kurz. Ich ziehe mal eben den Strom bisschen hinweg. Da brauchen wir die nicht mehr. Und dann ist gut. Dann melde ich mich wieder. Also wenn es euch gefallen hat. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Und ja, werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Also bis dahin. Bye bye.